Hallo und herzlich willkommen bei dem Monatshoroskop für den April in 2021 für den Aszendenten Fische. Bevor wir loslegen, natürlich macht es Sinn, dass du deinen Aszendenten kennst, ist das noch nicht der Fall. Klick bitte unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link, um zu erfahren, wie du ihn dir selber berechnen kannst. Des Weiteren lade ich dich herzlich ein, besuche ab dem 4. April den Selbsterkenntnis Ostermarkt, schlendere an den Marktständen herum. Die Webseite dazu siehst du hier oben links eingeblendet oder auch unter diesem Video in der Videobeschreibung findest du einen entsprechenden Link. Doch jetzt starten wir mit deinem Monatshoroskop. Ich beginne diesmal mit allen Planeten, die sich in diesem Monat bewegen, die ihre Position verändern. Und danach gehe ich auf diejenigen ein, die den ganzen Monat über im gleichen Haus sind und die dich dort sogar noch viel länger begleiten werden. Ich sehe bei dir somit, dass am 12. April der Neumond, nicht Vollmond, Entschuldigung, der Neumond, ist der dunkle Mond, im Zeichen wieder im zweiten Haus bei dir zu sehen ist. Das heißt, zwischen dem 11. und 13. April wird dir etwas bewusst werden, was du noch nicht so gut gemacht hast in den Bereichen des zweiten Hauses. Ja, mit dem Ziel letztlich, dass du es dann korrigierst und besser machst. Um was geht es beim zweiten Haus? Es geht um deine Verantwortungsbereiche, wie gut du dich darum kümmern kannst. Es geht um die Eltern, es geht um deine Ressourcen und es geht um das Geldverdienen. Dann haben wir die Sonne ebenfalls in diesem zweiten Haus und zwar bis zum 19. April. Die Sonne im Zeichen Wetter ist sehr stark. So kannst du jetzt auch zum Beispiel dich um eine Gehaltserhöhung bemühen. Ja, die Sonne steht für die Karriere, das zweite Haus steht für das Geldverdienen. Eine starke Sonne kann Unterstützung von Autoritäten oder Autoritätspersonen anzeigen. Autorität ist auch ein Chef zum Beispiel. Also nutze diese Gelegenheit, sei ruhig diesbezüglich mutig, wenn die Situation passt und versuche hier für dich etwas Gutes zu tun. Die Sonne möchte ja auch, wenn sie stark ist, erhöht ist, dass du erstrahlst in diesem Bereich. Die Sonne steht aber auch für den Vater und das zweite Haus für deine Verantwortungsbereiche. So kannst du zum einen mehr mit dem Vater jetzt zu tun haben. Vielleicht erfährst du auch Unterstützung von dem Vater oder es geht auch darum, dass du dich um den Vater irgendwie kümmern sollst. Am 20. April wechselt die Sonne dann ins dritte Haus. Jetzt geht es darum, dass du eigene Anstrengungen unternimmst zum Thema Beruf, zum Thema Status und Karriere. Du kannst auch deine Fertigkeiten oder sogar deine privaten Interessen mehr mit deinem Beruf verbinden. Es kann jetzt aber auch Schwierigkeiten für den Vater oder in Verbindung mit dem Vater geben. Und letztlich nutzt du die Sonne gut, wenn du jetzt deine Inspirationen bezüglich deiner Fertigkeiten, bezüglich deiner privaten Interessen in die Anwendung und in die Umsetzung bringst oder wenn du auch wirklich deine Fertigkeiten mehr durch deinen Beruf ausdrückst. Die Venus ist die erste Hälfte im April im zweiten Haus. Die zweite Hälfte im April ist sie im dritten Haus. Die Venus steht für die Fürsorge. Das unterstreicht noch einmal, dass es sein kann, dass du dich jetzt mehr um die Eltern kümmern tust, vor allen Dingen auch um den Vater. Die Venus steht auch dafür, dass du jetzt mit mehr Freude und Liebe dich um deine Ressourcen, deine Verantwortungsbereiche kümmerst. Vielleicht, wenn du ein Mann bist, kannst du dich jetzt auch mehr um die Partnerin kümmern. Also auch die wird durch die Venus dargestellt. Im dritten Haus kann es zu Schwierigkeiten in der Beziehung kommen, wenn du in einer Partnerschaft lebst oder wenn du eine Partnerin hast, kann es auch schwieriger werden für die Partnerin. Gleichzeitig hat die Venus eine gewisse Kraft, weil sie hier in ihrem eigenen Zeichen im Stier zu finden ist. So kannst du sie besonders positiv nutzen, wenn du mit Liebe und Hingabe deinen privaten Interessen nachgehst, dich um deine Hobbys bemühst, beziehungsweise nicht bemühen, die Venus bemüht sich nicht, ja. Die Venus liebt, was sie tut. Also mit Liebe dich deinen Hobbys widmen. Tanzen passt sehr gut. Die Venus steht für das Tanzen. Tanz dich frei. Lass es dir gut gehen. Deswegen widme dich dem, woran du Freude hast, was du liebst. Diesen Fertigkeiten wende dich zu, die dir echt gut tun, die dir Spaß machen. Und es kann auch eine bessere Beziehung jetzt anzeigen mit jüngeren Geschwistern oder mit Nachbarn, mit Menschen aus deiner näheren Umgebung. Mit dem Auto kann es auch zu Schwierigkeiten kommen. Vielleicht steht eine Reparatur an, denn das dritte Haus zeigt eben auch hier Schwierigkeiten an. Der Merkur wechselt in diesem Monat sogar drei Sternzeichen, drei Häuser. Die ersten vier Tage ist er im Aszendenten, bei dir. Eine Zeit, wo Lernen, Kommunikation, Wissen, Information eine ganz, ganz wichtige Rolle für dich spielen. Vielleicht planst du deinen Lebensweg. Vielleicht geht es aber auch um Ernährungsthemen, damit du deinem Körper etwas Gutes tust. Freunde können ebenso wichtiger für dich werden in dieser Zeit. Vom 5. bis 20. April haben wir den Merkur im zweiten Haus. Jetzt geht es darum, dass du deine Finanzen managst, dass du deine Ressourcen managst, dass du dich gut um deine Verantwortungsbereiche kümmerst, dass du hier planst, damit du effektiv das Ganze, was du zu tun hast, in diesen Bereichen erledigen kannst. Wenn du Sprachen lernen willst, auch dafür ist der Merkur im zweiten Haus sehr gut geeignet. Die letzten zehn Tage im April haben wir den Merkur im dritten Haus. Der Merkur und das dritte Haus stehen für Kurzreisen. Möchtest du reisen, dann ist das jetzt die Zeit für eine Kurzreise. Der Merkur steht für Kommunikation. Es ist eine Zeit, wo du kommunizieren kannst, in Austausch stehen kannst, wo du aber auch schreiben kannst. Der Merkur steht für deine Fertigkeiten und Basiswissen und für Lernen. So kannst du dich jetzt intensiver deinen Fertigkeiten widmen oder du besuchst hier sogar noch Kurse oder du lernst etwas in Verbindung mit deinen privaten Interessen und Hobbys. Der Merkur möchte ja immer etwas dazu lernen, immer besser in einem Bereich werden. Gut, dann haben wir noch den Mars. Der Mars wechselt ebenfalls und zwar ist er bis zum 23. April im vierten Haus. Dort ist er aber nicht alleine. Dort trifft er auf den Mondknoten Rahu und alles, was der Rahu berührt, intensiviert er. Der Rahu ist schon schwierig von der Wirkung. Der Mars steht auch für Auseinandersetzung. Das vierte Haus steht für dein Innenleben, steht für deine Gefühle. Für dich sicherlich emotional keine so einfache Zeit mit den beiden, Entschuldigung, hier in diesem Haus am Wirken. Das heißt, es ist mehr eine Zeit für dich, wo du unter Unzufriedenheit, Frust und Ärger leidest und Wege für dich finden musst, wie du damit auf eine konstruktive Art und Weise umgehst. Immer gut für Emotionen abzubauen, Stress abzubauen ist Bewegung, ist Sport. Willst du nicht Sport machen, dann such eine physische Arbeit, putz, geh in den Garten, was auch immer. Bewegung. Wir bräuchten ganz, ganz viele Psychologen und Therapeuten nicht, wenn wir uns alleine mehr bewegen würden. Denn das baut Emotionen und inneren Druck und Stress ab. Das vierte Haus steht für die Mutter. Also entweder auch Stress und Konflikte mit der Mutter oder für die Mutter, auch keine so einfache Zeit. Das vierte Haus und der Mars stehen für dein Zuhause und für Immobilien. Auch hier bist du vielleicht unzufrieden. Oder das vierte Haus steht auch für die Heimat. Bist du unzufrieden? Bist du unzufrieden mit dem, wie du wohnst? Oder es gibt Stress mit Immobilien, auch in Verbindung mit dem Ausland. Rahu steht für alles Fremde. Die letzte Woche ist der Mars dann im fünften Haus. Das fünfte Haus ist okay von der Position her. Jedoch ist er dort im Zeichen Krebs und das Zeichen Krebs macht den Mars sehr schwach. Jetzt wirst du besonders viel Frust und Ärger erfahren mit wem? Mit Kindern, wenn du Kinder hast oder mit Kinderthemen. Also auch da natürlich ganz, ganz wichtig, wenn du erwachsen bist, nicht aus der Emotion heraus handeln. Erst die Emotion selber dafür die Verantwortung übernehmen und dann erst danach in den Kontakt gehen, auch mit den Kindern. Die Kinder lernen von den Erwachsenen, wenn wir selber uns nicht kontrollieren können, dann neigen wir später auch dazu, unseren Emotionen auch freien Lauf zu lassen. Tja, und dann natürlich gibt es Probleme in allen Beziehungen, letztlich nicht nur in einer Partnerschaft. Das fünfte Haus steht auch für Investitionen, der Mars für dein Zuhause, für Immobilien. So kann das ein Thema für dich werden, aber mehr in Verbindung auch mit Frust und mit Ärger, weil der Mars nicht so die Kraft hat. Deswegen kann er jetzt nicht so gute Ergebnisse produzieren. Dann haben wir die Mondknoten, die Mondknoten Rahu und Ketu. Der Ketu ist im zehnten Haus, er begleitet dich dort auch noch eine ganze Weile. Der Rahu ist im vierten Haus. Über Rahu habe ich schon etwas gesagt, auf der inneren Ebene keine Zeit, wo du dich richtig wohl, glücklich und zufrieden fühlst, sondern eher Unzufriedenheit und Stress machen sich breit im Inneren. Und das kann auch zu unangebrachten emotionalen Ausbrüchen führen. Gerade noch, wenn der Mars mit im Spiel ist, das potenziert sich das Ganze. Dass du damit natürlich nur noch einen Schaden anrichtest für dich und für andere, die das gerade mitbekommen, ist ganz klar. Und so hast du jetzt die Chance, mit dem Rahu im vierten Haus zu lernen, deine Emotionen zu kontrollieren. Nicht zu unterdrücken, zu kontrollieren, Verantwortung dafür zu übernehmen, dir gute Möglichkeiten zu suchen, wie zum Beispiel Bewegung, um dich wieder in einen guten Zustand zu bringen, um danach erst wieder dich um deine Projekte zu kümmern oder in Kontakt zu gehen mit anderen. Also der Rahu möchte dich jetzt lehren, in dem Bereich Gefühl, Umgang mit Gefühlen, Umgang mit deinen Bedürfnissen, dass du eben auch lernst, mit schwierigen inneren Zuständen auf eine konstruktive Art und Weise umzugehen. Das gleiche gilt auch in Verbindung mit deiner Heimat, in Verbindung mit deinem Zuhause, das in Verbindung mit der Mutter. Das sind alles Themen, die dir jetzt mehr Stress machen, wenn der Rahu hier beeinflusst. Der Keto im zehnten Haus möchte etwas zum Abschluss bringen, möchte etwas vollenden, was mit deinem Beruf zu tun hat, was mit deinen größten Handlungen zu tun hat. Falls du nicht mehr arbeitest, kannst du immer noch einen Beitrag leisten für diese Gesellschaft in der einen oder anderen Form. Und hier möchte der Keto, dass du angefangene Projekte abschließt. Entweder bringst du sie zum Ende oder du sagst einfach, ist mir gar nicht mehr so wichtig und du lässt es los. Also ein Stück weit mit Keto im zehnten Haus ist jetzt der Beruf, die Karriere, Ansehen, Status, da ist nicht so der Fokus. Da wird mehr etwas aufgelöst, kommt etwas mehr zu einem Ende. Der Rahu bringt den Fokus auf das Innere, das Innenleben, dein inneres Wesen, deine Gefühle auf das Zuhause. Und die beiden großen Lehrer, Saturn und Jupiter, die haben wir dann noch im zwölften Haus. Das ist jetzt keine so gute Hausposition. Das zwölfte Haus steht für Trennung, für Isolation, für Kosten, Verluste, Ausgaben. Saturn selbst steht auch für Ausgaben und Kosten. Jupiter steht für die Finanzen. Also bei dir kann es eine Zeit anzeigen, wo du verstärkt mit Ausgaben und Kosten oder sogar Verlusten konfrontiert wirst. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig für dich, dass du hier genau hinschaust, dass du Ausgaben vermeidest, dass du Kosten vermeidest. Dass du besser wirst in deinem Finanzmanagement, dass du nicht nur andere das machen lässt, Finanzberater etc., sondern dich selber darum bemühst. Der Jupiter steht für Kinder, der Jupiter steht bei einer Frau für den Partner. So kann hier eine gewisse Distanz im Umgang miteinander sein oder ihr seid auch tatsächlich räumlich mehr getrennt oder vielleicht kommt es sogar zu einer kompletten Trennung, wenn die Beziehung nicht mehr wirklich funktioniert und zu retten ist. Bist du eine Frau und bist du Single, dann ist es keine so gute Zeit, um einen Partner kennenzulernen, wenn der Jupiter als Indikator für den Partner im Haus der Isolation, im Haus der Verluste steht. Der Jupiter repräsentiert aber auch dich am zweitbesten, denn du hast ja das Zeichen Fische im Aszendenten, der Jupiter regiert darüber. Jetzt bist du im zwölften Haus dort platziert. Das bedeutet, du brauchst auch viele Rückzugszeiten, du brauchst Zeiten für dich. Am besten nutzt du den Jupiter im zwölften Haus für deine spirituelle Entwicklung, für die Meditation. Das wird dir auch helfen, mit den anderweitigen Trennungen oder Isolation oder Ausgabenkosten, anderweitigen Schwierigkeiten, die sich zeigen mögen, besser umzugehen. Der Glaube ist eine Stütze, der dir helfen kann, leichter auch mit dem Leid im Leben umzugehen. Und mit Jupiter im zwölf ist das eine gute Zeit für dich, wo du dich um deine spirituelle Entwicklung bemühen kannst. Gut, damit möchte ich es jetzt für diesen Monat belassen. Ich wünsche dir natürlich einen guten Monat. Mache das Beste aus den dir gegebenen Möglichkeiten. Ab dem 4. April besuche auch den Selbsterkenntnis Ostermarkt. Sieh dich um an den Marktständen. Die Webseite dazu siehst du hier eingeblendet. Oder du findest einen Link auch unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung. In diesem Sinne noch einmal alles Liebe, alles Gute und vielleicht auch bald. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.